So, wie man sieht, heute Rafa wieder hier. Heute mal wieder in Braunschweig, schön in den Schlosserkaden. So, wie man sieht, hier ist das Klavier. Hier ist das Klavier. Es ist abgesperrt, heute mal mit Maske spielen. Rafa heute mal, live. In einer, naja, wie heißt das? Ready? Ready. Ja, wir müssen ein bisschen auf Security aufpassen. Rafa, komm mal auf Weihnachtslieder. Rafa, komm mal auf Weihnachtslieder. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa.